Einige Kilometer hinter Memmingen, in Eichstetten, steht die Farbmühle von David Krämer. Ohne ihn und seine Firma wäre die Welt weniger bunt. Heute will er eine verschwundene Farbe wieder erschaffen. Jetzt haben wir den klassischen gelben Amberger Ocker wiederentdeckt. Und hoffen, dass der auch wirklich so gut ist, wie er früher mal war. Mit welchem Ziel? Das Original Amberger Gelb wieder anzubieten für die Restauratoren, für die Künstler, für die Maler, ist das ja eine wichtige Farbe. Die Welt der Farben, schier unendlich. Seine Firma bewahrt dieses Erbe der Menschheit, Malachit Grün. Zinnoberrot, Azuritblau. Das Allgäuer Unternehmen ist Weltmarktführer für natürliche Pigmente. Die Suche ist nie zu Ende und die Herstellung nie einfach. Historische Farben, wenn man die wiederentdeckt, das gibt einem Lebensfreude. Da gibt's manchmal den Fall, dass wenn es zu fein wird, dann die Farbe verloren geht. Und transparentes Pulver braucht ja niemand. Wird das das erhoffte Gelb? Vor drei Monaten im Hochsommer. David Krämer ist mit seinem Vater Georg und seinem Sohn Pablo richtig weit gefahren. Nur um jetzt vor diesem Haufen Dreck zu stehen. Das ist perfekt gleichmäßig, das Material. Es ist Ocker. Eine Erdfarbe, ein natürliches Gemisch verschiedener Mineralien mit hohem Eisengehalt. Je mehr Eisenerz, desto dunkler. In diesem Steinbruch in der Oberpfalz gibt's sicher verschiedene Schattierungen Ocker. Beim Schaufeln erinnert sich David Krämer dann an seine Kindheit. Wenn man fährt durch Frankreich, Italien und sieht, da hinten irgendwo wird's gelb oder rot, im seltensten Fall mal grün oder so, dann macht man einen Abstecher. Obwohl man eigentlich, man war gerade auf dem Weg zum Strand oder zum Pizzaessen. Jetzt müssen wir doch ganz kurz da hoch, das sieht super aus. Und das hat der Papa immer gesagt? Das hat er immer gesagt und der ist meistens gefahren. Wir brauchen immer neue Farben. Und die alten Farben waren fast unendlich viele. Und wir haben nur eine kleine Auswahl. Also jedes Mal, wenn's eine neue Farbe gibt, sind wir begeistert. Retrospektiv war das super. Hat sich vererbt scheinbar, ne? Ins Blut geschaufelt vielleicht, oder? Ja. Etwa eine halbe Tonne Ocker wollen sie heute mit nach Hause nehmen. Die Pigmente daraus gelten als lichtecht, wetterbeständig, haben aber nur geringe Deckkraft. Die hohe Deckkraft ist für diese historischen Farben nicht so wichtig wie heutzutage bei Industriefarben. Der Madermeister, der das verarbeiten soll, sagt, das ist eine blöde Farbe. Aber der Künstler, der das verarbeitet, sagt, das ist genau das, was ich brauche. Und da gibt's halt einen Unterschied von Handwerk zu Kunst. Die bekanntesten Künstler und Museen, die renommiertesten Restauratoren. Wer Amberger Gelb sucht, soll bald bei Krämer fündig werden. Wenn die da dran riecht, die riecht einfach, die riecht schon gut. Die stinkt nicht. Was riecht das? Der Oberpfalz. Die Oberpfalz, das vermeintliche Armenhaus Bayerns. Aber nirgends im Freistaat ist so viel Eisenerz im Boden. Generationen haben daraus Farbe gewonnen. Bedeutende Gebäude von Sulzbach-Rosenberg strahlen bis heute in Oberpfälzer Ockertönen. In einem deutlich schmuckloseren Gebäude in Neukirchen gibt's sogar ein kleines Museum zum Ockerbergbau. Kreis-Heimatpfleger Walter Schraml hat es eingerichtet. Ernst Bickel ist Jahrzehnte unter Tage gewesen. Er war Farberdengräber, ein Fahrgroher. Ja, alles waren dabei. Ein Schafchen und das Haarchen da, das war das ganze Werkzeug. Und so, da war Zusammenhalt, was ich nicht gewusst habe, da hat der andere gewusst und das ist halt so. Sie waren stolz, ein Fahrgroher zu sein? Ja. Die erste Farberde ist 1859 gefunden worden, beim Bau der Eisenbahn. So ist ein Fahrer gesagt worden, wenn's runtergegangen ist, war's Wasser, wenn's entheil gegangen ist, war's Eiseneracker. Es hat auch Scharlatanen gegeben, wenn du's jetzt zusammendruckst, dann ist's Seinwahl gegangen und so ist es entheil gegangen. Das ist nicht echt gewesen, aber richtiger, hat's gehalten. Die letzte Farberdengrube hat die Familie Hauenstein bis 1971 betrieben. Die Fotos hat Walter Schraml gemacht, als er als junger Mann in die Grube eingestiegen ist. Alles war nass, glitschig, ja. Und dann ist Monden angekommen, das hat also schon gemieft sozusagen, das war Grabesruhe und die ganze Atmosphäre war natürlich schon etwas beglemmend. Ja, das ist, wie soll ich sagen, das war Gewohnheitssache, das hat man immer weiter gewusst. Die Qualitätskontrolle bei Farberde ist übrigens ganz einfach. Wenn der Fahrer einen Grünstich gehabt hat, dann hat man's gebrauchen können, dann war's mündenwertig. Und der Haupt hat auch festgeschnippt, da hat er auf der Hände, da hat er das Schmier gehabt. Das ist ein Gscheiter, ist ein Guter. Ist ja auch aus der Gegend. Wo heute natürlich niemand mehr professionell Farberde abbaut. Aber wer will, findet sie noch fast überall, sagt Walter Schraml. Und sticht in einem Wald nördlich von Neukirchen in den Boden. Die Farbe kommt schon ein bisschen durch. Das ist hier der klassische Goldocker, das Neukirchener Gelb. Neukirchener Gelb heißt das? Ja, das war ein Qualitätsbegriff. Wir sagen nicht Gold, das ist ja etwas überheblich, sondern Neukirchener Gelb, ganz bescheiden. So sind sie eben, die Oberpfälzer. Zurück in Eichstetten. Was hält David Krämer vom getrockneten Amberger Ocker? Relativ weich, schmiert nicht, ist auch gut. Sieht gut aus. Ich bin zuversichtlich, dass wir bei unseren Versuchen in den verschiedenen Bindemitteln einen schönen Farbton, eine schöne Farbe erzeugen können. Unzählige Erdfarben, darunter allein Dutzende Ockertöne aus aller Herren Länder hat David Krämer schon im Sortiment. Wenn der Amberger Ocker jetzt nichts taugt, ist das doch unerheblich. Aber die sind alle einzigartig. Jeder einzelne ist anders. Und das macht die Besonderheit eigentlich aus. Das Pigment testet jetzt Künstlerin Birgit Saupe, die früher an der Hochschule Aachen gelehrt hat. Jetzt lebt sie im Allgäu und leitet das Farblabor bei Krämer. Man kriegt ein Gefühl dafür ganz schnell, ob die Aufstriche funktionieren und ob die, was für eine Konsistenz die richtige ist, wie ist das Sättigungsverhältnis und am Ende kann man es natürlich auch ganz leicht überprüfen, wenn man den Aufstrich hat, ob der abriebfest ist. Dazu rührt sie den feinen Ocker mit unterschiedlichen Bindemitteln an. Zuerst mit Walnussöl. Der Worst Case wäre, dass das Material sich einfach nicht mit dem Öl verträgt. Dann klumpt das oder es wird total flüssig. Man kriegt das einfach nicht zu einer passösen Masse, das gibt's auch. Also es wird nicht deckend werden. Das ist bei den meisten Erdfarben aber eigentlich der Fall. Und das will der Maler am Schluss dann auch, also der Kunstmaler. Na, man hört noch ein bisschen kirsch. Das heißt, so fein ist das noch nicht. Doch zu viel Sand drin? Mit dem Glasläufer arbeitet die Künstlerin das Pigment noch besser ins Öl ein. Das wird schon fester, oder? Ja. Und man hört es auch, der Kirschton wird weicher. Das Pigment verträgt sich also mit dem Öl. Aber kommt auf Papier auch die gewünschte Farbe heraus? Ambergergelb? Ach so, leicht grünlich, oder? Ja, irgendwie schön. Wie es so rauskommt. Ja, irgendwie schön. Ziemlich geschmeidig im Auftrag und wie schon abzusehen, nicht stark deckend, gar nicht eigentlich. Ja, und wenn man das so dick aufträgt oder mehrere Schichten übereinander zieht, das wird schon spannend. Ist aber noch kein richtiges Ambergergelb. Neue Bindemittel müssen her. Eitempera. Und Acryl. Das rühren sie auch noch mit erhitztem Ambergerocker an. Die Resultate vom zarten Ambergergelb bis fast ziegelrot, je nach Bindemittel und Mischung. Schöne Farbe. Gerade für Landschaftshintergründe könnte ich mir das gut vorstellen. Könnte ich mir sogar für Hauttöne vorstellen. Also Landschaft, mehrere Bereiche. Also sehr gut. Es hat geklappt. Mit seinen vielen Nuancen macht der Ambergerocke die Welt wieder bunter.